Die Vergänglichkeit Gibt es, Herr, für das, was geboren ist, ein Dasein ohne Alter und Tod? Es gibt kein Dasein großer König ohne Alter und Tod. Und auch die großen Herren vom Adel, die in allem Wohlstand leben, die reich sind an Besitz und Habe, die Gold und Silber in Menge besitzen und Reichtümer und alles, dessen sie bedürfen, in Menge besitzen und Schätze und Getreide in Menge besitzen. Auch für sie, wie sie geboren sind, gibt es kein Dasein ohne Alter und Tod. Und auch für die großen Herren vom Brahmanenstande und die großen Herren vom Bürgerstande, die in allem Wohlstand leben, gibt es kein Dasein ohne Alter und Tod. Und auch die Mönche großer König, die Heiligen, die alles Verderben abgetan haben, die den heiligen Wandel erfüllt, ihr Werk getan, ihre Last abgelegt, das Ziel des Heiles erreicht, die Fesseln des Werdens zerbrochen, in voller Erkenntnis die Erlösung gefunden haben, auch ihr Leib muss zerbrechen, und sie müssen ihn von sich legen. Wie ist das? Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020